Wir gehen von einem frauigen Familiendrama aus. Heute Morgen, so kurz vor 6 Uhr, hat ein Zeuge, ein Verwandter der Familie, bei der Polizei angerufen und gemeldet, dass hier in einer Wohnung in der Bismarckstraße vier Tote liegen sollen und ein Schwerverletzter vorm Haus. Der Schwerverletzte wurde sofort vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht und in der Wohnung fand man dann vier Tote, drei Kinder im Alter von drei, sieben und neun Jahren und eine Frau im Alter von 29 Jahren. Wie gesagt, wir gehen momentan von einer Familientragödie aus, weil der 31-jährige Schwerverletzte vorm Haus ist der Familienvater. Zu den Hintergründen gibt es momentan überhaupt noch keine Erkenntnisse. Der Verwandte ist momentan bei der Polizei und wird jetzt Zeuge vernommen. Der Schwerverletzte ist im OP und wird derzeit operiert. Wenn Kinder betroffen sind, ist das eine furchtbar tragische Geschichte und das ist einfach unverständlich, aber wir müssen so hinnehmen und müssen unsere Ermittlungen weiterführen. Bis zum nächsten Mal.